Musik Die Musikkapelle Matrai organisierte am Samstag den großen Faschingsumzug in Matrai. Gestartet wurde bei der Feuerwehr Matrai. Von den Wischiwaschi Putztüchern bis hin zu den Klimaklebern wurde beim Umzug gezeigt. Auch Retro-Spiele wie Tetris hatten ihr Comeback in Real Life. Über 20 Wegen mit ihren Faschingsnahen zogen bis zum Rauterplatz. Bei den Corona-Babys gab es was zu schmunzeln. Musik 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 Natürlich kam auch die Wasserentnahmestelle in Sepas im Fluss. Fadenkreuz der Faschingsgruppen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020